Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von HitPaw. In diesem Video werden wir euch zeigen, wie man mit einem leistungsstarken KI-Tool Unreinheiten wie Narben oder Akne sowie ungewünschte Personen und Objekte ganz einfach aus seinen gewünschten Fotos entfernen kann. Den Download-Link zum Programm HitPaw Photo Object Mover findet ihr sowohl für Windows als auch Mac unten in der Videobeschreibung. Nachdem wir das Programm heruntergeladen und geöffnet haben, können wir hier durch einfaches Kicken auf die Grafik in der Mitte unser gewünschtes Bild importieren. Zur Navigation im Programm können wir entweder mit dem Mausrad rein- und rauszoomen oder alternativ hier unten die Lupen verwenden. Zum Verschieben können wir hier ebenfalls das Hand-Icon verwenden. Um nun die Narbe in unserem Beispiel zu entfernen, wählen wir zuerst hier unten das Pinselwerkzeug aus und malen dann ganz einfach über den zu entfernen Bereich. Wir können durch erneutes Klicken auf das Werkzeug ebenfalls die Stärke bzw. die Dicke des Stiftes auswählen. Nach der Auswahl gehen wir dann auf Vorschau und schon nach wenigen Sekunden haben wir die Narbe entfernt. Jetzt können wir noch hier unten rechts unseren gewünschten Speicherort auswählen, und wenn wir anschließend auf Exportieren gehen, erhalten wir unser fertiges Bild. Das tolle und einzigartige, was den HitPore Photo Object Remover von Programmen wie Photoshop oder Gimp unterscheidet, ist, dass es die Stapelbearbeitung und den Stapel Export unterstützt. Heißt, wenn wir hier oben links auf das Plus gehen, können wir weitere Bilder hinzufügen und einzeln bearbeiten. Das Programm eignet sich neben Narben auch noch hervorragend für die Entfernung von Akne, wie ihr hier im Beispiel sehen könnt. Als eben auch für das Entfernen von ungewollten Personen im Hintergrund bei beispielsweise Urlaubsbildern. Oder aber auch für das Entfernen von ungewünschten Objekten. Wenn wir mit der Bearbeitung unserer Bilder fertig sind, gehen wir anschließend einfach auf Alle Exportieren und schon erhalten wir unsere Bilder auf unserem gewünschten Speicherort. Jetzt wisst ihr also, wie ihr schnell und einfach Narben, Akne oder ungewünschte Personen bzw. Objekte aus euren Bildern entfernen könnt. Wenn euch das Video geholfen hat, würden wir uns sehr über eine positive Wertung freuen. Außerdem würden wir uns sehr über ein Abonnement auf unserem YouTube-Kanal freuen. Das würde uns wirklich enorm unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.